Ich bin David Jekyll und ich fahre den Maxis Torch und Relix auf meinem BMX. Hi, ich bin Jonas Sonnenberg, ich fahre vorne mit dem Maxis Eichmann in 2.2er Breite und kippe den Maxis DTA in 2.5er Breite. Hi, mein Name ist Max Schumann, ich fahre an meinem Down-Duro-Bike, aktuell vorne den Highroader 2 und hinten den Vinion DHA 2. Das macht ziemlich viel Spaß. Hi, mein Name ist Monika Gasteler und ich fahre den Maxis 83 auf meinem Down-Hill-Bike und auf meinem Duobike. Servus, ich bin Julian Steiner, ich fahre den Maxis und ich fahre den Maxis Asegai. Let's go!